also ich muss ja ganz ehrlich sagen wenn ich noch mal auf dieser welt komme dann komme ich als ente bekommt leckeres selbstgebackenes brot frische brötchen frisches wasser die soße bei der nudel ist nicht mehr dabei vielleicht aber gleich ein stück fleisch was die ente dann nicht ist das bekomme ich ja ja lässt du mir noch mal über danke den reiß darf ich essen dankeschön ja ist gut ja ich erst den röst ja ich lasse es mir schmecken danke jo bis dann tschüss ins du ja bis dann